Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zum letzten, zum wirklich, wirklich letzten Spendenvideo in der Spendenaktion 2019 kurz vor Weihnachten auf dem Kanal von Stefan123321, der diese Auktion auch wunderbar organisiert hat wieder mal, der mich mit 10 Artikeln aus seiner Spendenkiste versorgt hat. Das heißt, auch auf meinem Kanal ist der Großteil der gesehenen Artikel von Stefan zur Verfügung gestellt worden, beziehungsweise von Stefans Zuschauern. Ganz, ganz großartige Nummer euch allen, also allen, die gespendet haben und allen, die mitgeboten haben, hier an der Stelle meinen aufrichtigen Dank. Ich bin sicher, wir werden wieder ein fantastisches Ergebnis erzielen. Ja, aber zu den 10 Sachen von Stefan habe ich tatsächlich selber noch 5 organisieren können, beziehungsweise bin von unheimlich großzügigen Menschen mit Zeug versorgt worden, das ich hier anbieten kann. Und ja, bevor ich euch jetzt das allerletzte Teil hier auf meinem Kanal präsentieren darf, dass ihr ersteigern könnt für den guten Zweck, ein allerletztes Mal noch, ja, das Kleingedruckte nennen wir es mal. Auch hier gilt selbstverständlich wieder, was ich immer gesagt habe, wenn ihr über Paypal verfügt und in Deutschland wohnt, würde mir die Sache ganz, ganz, ganz doll erleichtern. Ihr könnt einfach den angegebenen Schritten unter dem Video folgen, zahlt den Betrag, den ihr geboten habt, also das Höchstgebot plus den gewünschten Versand, auch die Summen sind unten angegeben, per Paypal Familie und Freunde an die unten angegebene E-Mail-Adresse. Ihr gebt im Kommentarfeld eure Anschrift an, ich kann das dann am nächsten Tag ganz einfach ablesen, fülle die Versandscheine aus und bringe die Dinger zur Post. Das erspart mir jede Menge Zeit und Arbeit und ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn ihr das so nutzen könnt. Sollte das mal in einem Ausnahmefall nicht der Fall sein, finden wir mit Sicherheit eine Lösung. Allerdings müsst ihr mir dann zugestehen, dass das eventuell ein paar Tage dauert, bis ich da in der Lage bin, auf euch zuzukommen. Und ja, verzeiht mir einfach, es ist im Moment unheimlich viel zu tun. So, genug dazu, kommen wir zu dem schönen Teil. Ihr habt es in den letzten Videos schon gesehen, oben links in der Ecke. Da liegen meine beiden Daily Customs Schätzchen. Ohne geht es einfach nicht mehr. Nicht auf meinem Kanal und nicht in meinem Alltag. Ich habe tatsächlich nahezu jeden Tag eines meiner Daily Customs dabei. Bevorzugt zu einem, ich sag mal mittelgroßen EDC-tauglichen Folder, meistens die 58mm Version von meinem Rambler hier. Und das ist das Golfball-Pattern. Es gab ja, ihr habt die Videos vielleicht gesehen, so ein ganz klein bisschen Schwierigkeiten mit den Schalen. Sie wollten nicht richtig halten. Ich habe sie zurück zum Yannick geschickt. Der hat sie verklebt. Sie haben wieder nicht richtig gehalten. Und Yannick kam dann mit einer Verbesserung, was die Griffschalen angeht. Die haben einfach die Innenflächen der Schalen ein bisschen angepasst. Ein bisschen aufgeraut mit einer Textur. So, dass der Kleber auf der Innenseite einfach mehr Haftfläche, mehr Angriffsfläche hat. Und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das bis zu 50%. Aussehen tut das Ganze so. Ihr seht also diese wunderbare Struktur im Inneren. Und ja, nicht ohne Zufall konnte ich euch das jetzt an diesen Schalen zeigen. Das sind die Schalen, die ich auch damals in dem letzten Update-Video zu meinem Golf Rambler zeigen konnte. Ich habe den Yannick Anfang Oktober in Remscheid bzw. Solingen, an einem wunderbaren Wochenende, das wir bei Klaas im Workshop verbracht haben, getroffen. Und wir haben miteinander gequatscht und wir haben darüber gesprochen, dass ich ja noch das Abschlussvideo zum Rambler zu drehen hätte. Wie wir das jetzt mit dem kleinen Kleberproblem an euch kommunizieren am besten. Ich sagte, die Schalen sind verklebt. Ich kann ja viel erzählen. Die hätten sich innen geändert und so weiter. Dann griff er in die Tasche und sagte, nimmst du einfach dieses Schalenpaar mit. Das sind die neuen mit der aufgerauten Innenfläche. Und dann kannst du das in die Kamera halten. Finde ich großartig, dass er da einfach so aus dem Inventar was raushaut und mitgibt. Video war abgedreht. Wir haben wieder kommuniziert. Ich sagte zum Yannick, hör mal, wie sieht es aus? Auf welchem Wege kann ich hier die zukommen lassen? Kann ich das auch mitschicken, wenn ich Sachen an die Maxi, an die Altona Silberwerkstatt zurückschicke? Das sind ja schließlich auch in Hamburg. Dann sagte er, nö, überhaupt kein Problem. Hau die Dinger in der nächsten Spendenauktion raus. Und ich so, what? Ja, einfach völlig spontan gesagt, nö, brauchst du mir nicht zurückschicken. Die kannst du raushauen. Mach damit was für den guten Zweck. Ja, was soll ich sagen? Yannick, ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist hiermit geschehen. Ich darf euch, liebe Zuschauer, dieses Schalenpaar von Daily Customs, 58mm Titan, Plain, hier an dieser Stelle in der Auktion anbieten. Ich hoffe, dass ihr darauf bietet, was das Zeug hält. Die Originalverpackung dazu habe ich leider nicht. Wie gesagt, das war eine spontane Sache, als wir uns in Solingen getroffen haben. Ich habe nur dieses kleine Plastiktütchen. Ich werde die für euch natürlich anständig verpacken. Und die kommen dann zu euch. In dem Fall dann halt nicht mit Karton und Zertifikat. Aber für diejenigen, die das nutzen wollen, dieses Schalenpaar. Und einfach auf ein Classic oder Rambler oder Minichamp verbauen wollen. Ich glaube, die legen auch weniger Wert auf den Karton, als mehr auf die Schalen. Ich hoffe, dass dieses letzte Schalenpaar in der Auktion vor Weihnachten dem Ganzen so das Sahnehäubchen aufsetzt. Dass möglichst viele Leute darauf bieten. Das würde mir unheimlich viel Freude machen, wenn wir damit nochmal quasi so einen Schlusspunkt setzen. So ein letztes Ausrufezeichen. Deswegen haut in die Tasten. Danke an alle, die gespendet haben. Danke an alle, die mitgeboten haben. Danke an Stefan, dass du solche Sachen immer wieder möglich machst. Dass du deine Reichweite nutzt. Dass die Leute, die deinen Kanal schauen, wirklich so viel spenden. Ich möchte einfach an der Stelle mal sagen, ich hoffe, dass das niemals abreißt. Auch wenn der Stefan sagt, die Leute sollen langsam mal aufhören zu spenden. Mach das nicht. Bitte. Ich finde es einfach nur klasse, dass wir hier immer wieder was Gutes tun können. Jeder einzelne Cent, der hier geboten wird, der geht auch an den guten Zweck. Es ist einfach toll, um das ein- bis zweimal im Jahr solche Dinger wuppen zu können, weil die Szene so großartig, großzügig ist. Das ist einfach der Hammer. Und an all die, die nicht spenden und das Ganze nicht unter der Fahne der Selbstlosigkeit betrachten wollen, die sind vielleicht einfach nur glücklich, dass sie hier ein Schnäppchen machen konnten. Auch das hilft uns weiter, wenn ihr einfach sagt, ich habe Bock drauf, der Preis ist fair. Hier biete ich einfach mal mit. Das heißt, selbst die Schnäppchenjäger tun hier wirklich was Gutes und von daher großartige Nummer. Ganz, ganz herzlichen Dank euch allen. Ja, die Verabschiedung wird heute mal eine andere irgendwie, denn es ist die letzte Auktion für dieses Jahr. Das heißt, ich, auch wenn jetzt täglich von mir weiterhin Videos kommen bis Weihnachten, die Spendenauktion ist nun mal zu Ende. Deshalb wünsche ich euch an dieser Stelle mit der letzten Auktion, mit der letzten Spendenauktionsrunde ein wunderschönes Weihnachtsfest, auch wenn noch ein bisschen hin ist. Eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Bleibt bitte alle gesund. Kommt gut ins neue Jahr rüber. Auf das wir nächstes Jahr vielleicht nochmal einen draufsetzen können. Ganz, ganz vielen Dank nochmal an alle. Habt einen schönen Abend, eine schöne Vorweihnachtszeit und wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.